Also, in dem Video kann man sehen, wie mein Mann nach Hause kommt und mir einfach total aufgeregt ist und auf ihn zuläuft. Und dann eigentlich kuschelt die beiden. Also, das ist schon mittlerweile normal, dass sie sich extrem darauf freut, wenn sie mich sieht und dann gibt es halt immer so eine Kuschelminute, wenn ich heim bin. Immer, jedes Mal, tatsächlich. Das zeigt auf jeden Fall so eine wahre Liebe zwischen einem Tier und einem Menschen. Das zeigt ja auch, wie sehr Tiere an einem Menschen hängen und das finde ich immer ganz toll. Also, ich glaube, bei mir ist es eher so wie mit einem Kind. Also, dass ich sie tatsächlich so wie mit meinem Kind ansehe und wir die ganze Zeit mehr so spielen und ich bin eher diejenige, die sozusagen Gassi geht und füttert. Und Burak ist der so der Kuschelige. Also, da ist tatsächlich so, wir teilen uns so gut auf. Naja, wir kuscheln. Ganz viel. Nia ist ein Mini-Maltipu. Also, sie liegt zwei Kilo und sie bleibt auch so klein. Maltipu, das ist Malteser Tollpudelmischlinge. Das heißt, die verlieren keine Haare, sind super Allergiker geeignet und ganz tolle Tiere. Sie ist aktuell sechs Monate alt, um eine Woche. Die haben wir von meiner Tante erholt. Meine Frau Tante ist Maltipu-Züchterin in der Ukraine. Und es ist perfekt, weil ich weiß dann, wie Tiere gehalten werden und wie viel Liebe dahinter steckt. Es war einfach an der Zeit von uns, einen Vierbeiner-Freund zu haben. Wir wollten eigentlich einen eher ruhigen Hut haben, aber haben komplett das Gegenteil bekommen. Sie ist super aktiv, super aufgeweckt. Sie liebt Menschen, sie liebt Tiere. Also, jetzt gerade tut sie, glaube ich, so, als wäre sie schüchtern. Aber eigentlich ist sie total deaktive. Das ist einfach Mia. Dass sie so ist, wie sie ist und dass wir auch so rüberbringen, wie sie ist. Ja! Ja! Das war ein Ja! Ja! Das war ein Ja! 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 Ja!